Das Cloud ERP ist in über 130 Ländern einsetzbar, aus einer Lösung heraus, was doch für viele mittelständische Unternehmen, die gerade auch international wachsen und sich auch orientieren, ein absoluter Vorteil darstellt. Die Systeme werden durch die SAP in deutschen Rechenzentren betrieben und sind auf den aktuellen Standards der Sicherheitstechnologie. Durch das Mietmodell habe ich monatliche Kosten, die keine Überraschung sind, sondern die sind ganz klar kalkulierbar in Abhängigkeit der Nutzung. Gerade in den Cloud-Lösungen oder im Cloud ERP-Bereich haben wir die Möglichkeit, praktisch lösungsorientiert durchzustarten. Das heißt, als Basis verwenden wir praxiserprobte End-to-End-Szenarien, die wir direkt am System durchgehen. Durch unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten lassen sich die zahlreichen End-to-End-Szenarien flexibel gestalten. Im Cloud ERP-Bereich haben wir auch hohe Integrationsmöglichkeiten. Gerade durch moderne Technologien wie Web-Service oder Data ermöglichen die einfache Integration auch zu anderen SAP-Lösungen oder auch zu Drittsystemen wie zum Beispiel 3PL-Provider, Zahlungsabwicklung oder Ähnliches. Die Vorteile sind, dass ich eine intuitive Möglichkeit habe, die Lösung zu bedienen, auch über verschiedene Unternehmensbereiche, was auch natürlich den Erwartungen der aktuellen und auch der zukünftigen Generation entspricht. Und das bedeutet gleichzeitig auch einhergehend eine schnelle Einarbeitung am System, die erreicht werden kann. Und das Ganze wird dann noch ergänzt durch die mobilen kostenlosen Applikationen der Cloud ERP-Lösung, wie zum Beispiel Spesen, Genehmigungsprozesse, aber auch Zeiten oder sonstige Prozesse, die mit mobilen, nativen Applikationen ermöglicht werden.